Dann gibt es hier eine Tür, die ist zu und dann gibt es noch eine Tür, die ist zu. Was erinnert ist, ich habe keine Ahnung. Aber das wird früher oder später auch reingepatcht werden. Auch Noob-Schutz. So, fliegen wir nach Star Wars? Jo. Weißt du, es war cool damals, da konnte man nur mit der Bahn fahren. Kommen immer noch. Ja, aber man musste mit der Bahn fahren. Erst Flugpunkte holen und von allen Forchern da durch, das Teil der Könige und so. Oh, man kann ja auch gleich reiten kaufen. Da ist ein Fügel. Wo hast du gekauft? In Star Wars. Du bist schon in Star Wars? Ungefähr als du sagtest, oh, all Diamond Forchern und so, lass ich auf den Greifen. Für den Greifen wird den Weg auch alleine finden. Oh, schnell ist man. Wie der Post. Ah, so eine Dungeon-Tasche. Oh, das ist aber schön. Wieder mal Tanker-Mage-Equip. Auch wenn Warlocks natürlich ein besserer Tank sind. Oh, okay. Oh Sergey-Equip. Spinnen Boah, wie gut, dass wir hier nicht leveln müssen Da finde ich Die andere Seite ist deutlich hübscher Welche andere Seite? Da wo wir sind, auf Klingel Oh, Gettgezahne Und dann Goro Und Silly Sauce, na gut Das ist nicht so hübsch Das ist ein Booty Bay-Locker Da muss ich echt das Beste raus, du Find ich so kacke Ich weiß, dass du Booty Bay liebst Ich hab da übrigens ein Quest hier Ja, der wurde jetzt auch ruiniert Die ganze Palme sind ja kaputt Und was willst du tun? Wo ist die Polite? Ich hab hier noch graue Dungeon Quests, die completed waren Wo ist denn das Quest hier, New Tinkertown, ist auch von Gnome Regan? Dingga, binka, dingga, lingga Wahrscheinlich Und tschüss Ding, 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 ding Boah, wie viel Stuff hier ist Was müssen wir denn ernten können? Das müssen wir denn ernten können Der Wappenrock von Starman, boah. Alec zu dick, nicht reingehen. In diese Bank sind Alec hier nicht sehr gut gesehen, na gut. Gut sehen, kann man es schon sehen. Fuckin' du rufend. So strepkier kann ich dir. Alles muss raus, ausverkauft Allein es gibt ne Glyphe, dass wenn der Fellhunter das Magie verschlingen, verzerren wird Ich werde gehalten Versteh das aber nicht Wie Weihnachten, nur das ist immer das gleiche Es gibt ne Glyphe, dass der Global Pulldown von Lifetab um 0,5 Sekunden verringert wird Nice Das ist ne geringe Glyphe, die mit Lifetab? Ne, Major Da kann ich mich dann richtig totburnen Der goldene Schuss Das ist ne geringe Glyphe Seitdem . Glyphe Ma Glyphe Glyphe Aber soulstripe glücklicherweise 1. Wollen wir mal aufhören für heute? Ja, wo denn wir schon? Ja So, da sind wir wieder Wir haben ein neues Maul Spaß Was wir machen? Achso, das ist schnell, oder? Mhm Hab ich mir den Wappenrock eigentlich schon gekauft? Ich bin nicht mehr Nicht mehr ohne Verwirrung hier raus Das ist ja auch ein Problem, das rauszufinden Ähm Wo hast du denn hier den Maulens? Wo gibt's die doch mal? Weiß ich nicht, wir haben eins vom Lehrer gekauft Ja, und wo? Beim Warlock-Lehrer halt Achso, das Maul Mhm Weil es gibt auch einen Reitlehrer des KW Der wird auch gerne mal als Lehrer bezeichnen Ich weiß Ich hab dich auch mit Absicht in diese Falle laufen lassen Damit ich kurz flamen kann Mhm, das hat aber nicht geklappt, Skull Hat's ja Ja Aber beim Holzschwellerlager gibt's ein Und hier neuerdings, bestimmt auch irgendwo So Soll ich da und sein? Mhm Hm Oh ja Bei den Puppen Ulderman Ulderman Das stimmt nicht Doch stimmt das Doch stimmt Ich muss auch jedes Mal nachdenken Wenn ich irgendeinen von beiden höre Gibt's schon so viele Uldum und Ulderman Ulduar Ulduar Du und ich, wir beide Ulduar Das kann ja unterscheiden Weil das sind eigentlich die, die man verwechseln könnte Weil Uldum Ist ja was ganz anderes Das, das spielt ja keine Rolle Für den ähm Verwechslungsungekoppelten Prozess Na, bei mir schon Na bei dir Und? Go, da wo ist die Polizei? Nicht mehr zu trinken, ja Kein Tank Damn Ich fang schon mal an Ero, ihr habt auch zu werden nachgedacht, you guys Aber er hat das Pet Ich hab das Pet der 1000 Slonum Huh Er war auch ein Ferry, ne? Weißt du was hier denn? Warten tatsächlich alle Leute auf der Sicht wieder einen pullen? Ich pull wieder einen Ich pull wieder einen Macht erst was wir gern Ich hol den Leerwandler raus und dann, dann ist alles gut Was? Okay, ich schick ihn rein Um, damm, 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 dammad Bum, ba-lum, 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 ba-lum. Boop, buh, ba-lum, ba-lum. Bum, okay, letztlich was angebarnt kam. und rauen zu kommen Das war's für heute. Das war's für heute. Das kann ich bestätigen. Das können wir unbedingt wissen. Es gibt ja sogar WoW-Entwickler, die richtig Bücher für Endgame schreiben mit eigenem Schriftzeichen und Stuff. Nichts hochauflösend ist oder so. Oh, der geheime Tunnel. Oh. 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 Oh, 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 oh. Okay, das war aber knapp. Grabung 2. Boah. Wo ist denn Grabung 3? Ist da aber Grabung 1. Trance. Hm. Wahrscheinlich im Entrance. Entrance. Trance. 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 Shut the fuck up. Trance. 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 Durch überhaupt keinen Geschmack. Besser als gar keinen Geschmack zu haben. Guck dir, wenn das, was du hast, Geschmack ist, so will ich ein Tier sein. Weil Tiere schmecken nicht. Dantes Inferno mit Heiligold Winsker. Guck dir. Da 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 da, da 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 da. Wo war denn diese Stadt wohl? Vielleicht ist es Rom. Ja na, das war nämlich so. Ähm. Rom wurde doch an einem Sager gebaut. Nämlich. Als Modell. Und dann wurde es, äh, vergrößert. Na. Deswegen ist alles so aproportional. Das Kolosseum ist ein bisschen groß. Ja. Was war das owl. Was hat dasprodukt? Was? Boah. Eine geile Butcher. Boah. 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 Kann es sein, dass das diese Stadt ist, wo wir gerade drin sind? Und das Ding, was auf dieser Map ist, wurde gerade wirklich geöffnet? Also das ist das Gebäude mit dem Stab, das ist, wo sie gerade rausgekommen ist. Ich vermais schon wieder meins. Wobei, da oben geht es so weiter. Das kann ja nicht sein. Dann stimmen meine Karte nicht so. Ich glaube, wir haben ein anderes Problem gerade. Es ist eine andere Stadt. Doch, wo könnte sie sein? Ist sie A, im Amazonas, B, in einer eisigen Sahara, oder C, in einer World of Warcraft? Wie waren es schon? Du viert mich? Holy shit. Wem ist das denn passiert? Jetzt auch nicht gewusst, aber bei jeder Blizzard ist uns ein bisschen hochgestuft. Oh, mein Pad ist gestorben, wie weiß. Slum, num, 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 Slum, num, num. Da ist so ein rundes Ding, das Ding ist da. Da könnte ich hier irgendwas. Hm. Hm. Aber warum sollten die ein Modell in ihrer eigenen Stadt bauen? Brüder. Du darfst sie nicht so verurteilen, denn es war allein deine Idee. Warum sind die so dumm? Mit der Farbe der Säulen und so, das kommt schon hin. Das ist ein Modell. Ihr Modell ist auch immer original getreu. Das heißt doch, original getreu ist ein Modell. Nein. Modell. Es könnte aber so sich zugetragen haben. Das ist noch nicht mal sicher, wenn noch nicht mal das sicher ist. Hm. Ach, was ist schon sicher? Der Tod ist für sich. Nur der Tod und die Steuer. Wenigstens für die ehrlichen Bürger. Der Tod, ne? Ich meine, frag doch das chinesische Trümmerschwein. Hat man einfach mal geklont. Holy shit. Das Vieh weiß ja jetzt gar nicht, ob es tot ist oder lebt oder so. Oder beides. Und wenn es dann im Himmel steht, ist es das Originalschwein. Wann ja sind sie gestorben? Weiß ich nicht. Sie gehen wieder runter. Hat man sie denn geklont? Äh, ja. Dann kommen sie in die Hölle. Das ist auch das elfte Gebot. Bei uns gab es nur 10. Ja, ist abgebrochen, aber das ändert da an den Geboten nichts. Ist abgebrochen am Ende. Ich hab' da. Haben sie mir einen Schild verkackt vorhin. Weißt du, war Moses, der runtergestolpert ist und ein Stück auch mal reingetrunken hatte? Und zur Nutte nicht zu spät kommen wollte? Aber die war schon beschäftigt mit einem deinem goldenen Kalb. Und wie wollte er sein im goldenen Kalb?